Hallo! Ja, hallo! Was machen Sachen? Ja, ähm, jetzt kein Tutorial oder so ein kleines Einschubvideo für zwischendurch, weil ich habe momentan ein bisschen an was gebastelt jetzt die letzten Tage. Das wollte ich euch zeigen, weil ich finde es eigentlich ganz lustig und stolz auf, dass es auch funktioniert hat. Vielleicht war ja jemand bei mir ein bisschen im Twitch mit drin, da habe ich da live dran gebastelt. Ich habe jetzt mittlerweile soweit, ich habe das gestern soweit geschafft, dass ich sage, okay, jetzt habe ich genügend da, um das jetzt halt auch auf YouTube zu präsentieren, weil dann halt doch was Festes ist. Auf Twitch ist ja Work and Progress und hier ist dann halt, ich habe irgendwas Funktionierendes halbwegs geschafft. Ja, das möchte ich euch zeigen. Ich habe es nämlich geschafft, meinen Twitch oder, ja, meinen Twitch-Chat mit Unreal zu verbinden. In dem Fall die Unreal Engine 4.27. Doch, ja, 4.27. Die Version funktioniert jetzt halt mit Twitch zusammen durch halt ein Plugin. Ich werde euch das alles so ein bisschen zeigen, wenn ich ein bisschen mehr rumprobiert habe, ein bisschen besser weiß, wie das alles funktioniert, dass ich halt auch euch ein bisschen helfen kann, weil momentan ist ja immer so, ich probiere aus und gucke, ob was funktioniert. Mir hat gesagt, ich habe mein Chat mit Twitch jetzt verbunden, habe ich jetzt schon mal gesagt und man kann mit Kommandos Sache bei mir in meiner Szene erscheinen lassen und das zeige ich euch jetzt. Wir seht, wir sind in der Szene drinnen. Hier läuft auch ein bisschen schon was. Ich habe noch mal kurz getestet, ob es auch wirklich funktioniert. Ich hatte gestern sehr Probleme, nachdem ich den Computer runtergefahren habe, habe ich meine Szene erst mal zerstört und musste sie gestern noch mal neu aufsetzen. Aber ich wusste ja, wie, da muss ich ja die letzten Tage schon gemacht haben. Ich sagte, ich kann hier mit Boris drinnen rumlaufen. Diese ganzen Viecher, die ihr hier drinnen rumreden seht, die habe ich nicht selber erstellt. Die sind aus dem Unreal Engine Marketplace. Und ja, wie gesagt, nicht wundern, die habe ich nicht selber gehört. Ich habe jetzt jede Menge Stuff aus dem Marktplace geholt und dann bauen wir halt als Nachwunder was auf. So, aber wie kommen jetzt diese ganzen Viecher überhaupt in die Szene? Ich hatte ja bereits gesagt, ich habe meinen Chat mit der Unreal Engine verbunden und sobald man halt verschiedene Kommandos eingibt... Ja, funktioniert dann schon im Cupslab. Da hinten ist der Gryphon. Er ist erschienen. Ich habe jede Menge Kommandos jetzt hinzugefügt. Man kann jede Menge Viecher erscheinen lassen. Das geht dann halt alles. Tatsächlich live während des Streams wird die Szene laufen und man kann jede Menge Viecher spawnen. Es funktioniert noch nicht alles 100%, aber das Spawnen von Sachen funktioniert. Man kann auch hier Cubes spawnen, die dann halt mit dem Namen versehen sind. Das mit dem Namen funktioniert leider noch nicht mit den Tieren. Das habe ich noch nicht hinbekommen, aber irgendwie kriege ich das bestimmt auch hin. Dass halt auch die Tiere einen Namen kriegen. Bis jetzt funktioniert es halt nur mit Gegenständen. So, ja, das war das, was ich euch zeigen möchte. Ich fand es halt einfach lustig, dass man das machen kann. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ja doch einige größere VTube Streamer, wie jetzt Projekt Melody, glaube ich auch, Projekt Mico und so weiter, die nutzen tatsächlich Unreal Engine zum Streamen. War mein erster Gedanke. Dann habe ich herausgefunden, dass die ganzen Plugins halt nur mit einem neueren iPhone funktionieren oder halt ein VR-Headset, was ich halt beides nicht habe. Es gibt leider momentan nichts mit Webcam oder so weiter, dass man das verbinden könnte. Und ich habe es nicht gefunden. Kann auch möglich sein. Da habe ich gedacht, okay, aber es gibt ja immerhin schon mal irgendwie die Möglichkeit, dass man Unreal Engine mit Twitch verbinden kann. Ja, und wie ist es? Das ist ein Plugin. An für sich, wenn ihr da Backdorf habt, ich kann euch das Plugin an sich erstmal vorstellen, wenn ihr wollt, aber ich kann euch nicht dafür viel erzählen, weil ich muss es halt erstmal selber lernen. Sagt, ich bin soweit, dass Sachen spawnbar sind. Ich will ein bisschen mit der KI jetzt ein bisschen rumspielen. Das brauche ich ja eh für mein eigenes Spiel auch, was ja momentan ein bisschen in den Niedergrund geraten ist, weil mir gerade diese Idee gekommen ist. Aber was soll's. Ist ja mein Spiel und wenn ich da was, wenn ich Lust drauf habe, bastel ich halt mit dem Volkern anpatschen. Gebt ihr genug. Ja, und wie gesagt, wie gesagt, vielleicht hat ihr ein oder andere Bock, mich jetzt auf Twitch zu verfolgen. Die Szene wird jetzt, sobald mein Computer immer mitmacht, auch laufend im Hintergrund, weil dafür habe ich sie gemacht, dass man halt Sachen spawnen kann. Geplant ist, dass halt generell mehr mit der Szene funktioniert, dass man halt beispielsweise dann halt gegen diese Viecher kämpfen kann, dass sie einen hinterherraufen, einen angreifen oder von einem weglaufen, je nachdem, was es ist. Ja, und dann mal gucken, was man daraus basteln kann. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mir zugehört habt und vielleicht sieht man sich ja auf YouTube oder auf Twitch. Und ja, habt einen schönen Tag noch. 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 Und ja, habt einen schönen Tag noch.